Das Swiss Paralympic Team hat sich am letzten Samstag in Luterbach bei Ochsner Sport getroffen, wo sie Kleider entgegen genommen haben und die letzten Informationen vom Leitungsteam bekommen haben. Der Tag hat angefangen mit den Informationen, mit ganz vielen Informationen, im Bereich Medizin, Medien, Kommunikation, Logistik und Sport. Nachdem wir alle diese vielen Informationen bekommen haben, haben wir uns draussen getroffen, um ein Teamfoto zu machen, das etwas länger ging, bis wir alle aufgestellt waren, aber das Resultat sieht wunderbar aus. Und dann sind wir hungrig an den Tisch gesessen, wo wir bestens verköstet worden sind, damit wir am Nachmittag gestärkt haben, weitergehen und die Kleider anprobieren. Nach dem Mittagessen haben sich auch noch ein paar Fernsehstationen zu uns gesellt und haben verschiedenste Interviews und Fotos mit den Athletinnen und Athleten gemacht und haben diese aufgenommen währenddessen, dass sie ihre Kleider probiert haben. Es ist hammer, was wir alles bekommen. Ganz tolle Kleider, super Qualität und es hat richtig Spass gemacht. Am Schluss musste man nur noch sein Köferchen in Empfang nehmen und nachher waren alle bereit für ihre Einsätze in Rio.